Zuletzt teilte Anna Heiser besorgniserregende Nachrichten. So kämpfte ihr Ehemann Gerald, den sie durch Bauer sucht Frau kennenlernte, mit gesundheitlichen Problemen. Es bestand sogar ein Thrombose-Verdacht, der sich allerdings nach einer Untersuchung im Krankenhaus glücklicherweise nicht bestätigte. Das Paar lebt mit ihren seinen Kindern abgelegen in Namibia, sodass die Wege zur nächstgelegenen Klinik in Windhoek 200 Kilometer lang sind. Anna nahm sich vor kurzem selbst eine Auszeit und verbrachte Zeit mit ihrer Familie in Polen, zudem reiste sie nach Deutschland, um an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen. Dies sei genau das, was sie gebraucht habe, um neue Kraft zu tanken, betonte die 34-Jährige. Auf Instagram thematisierte Anna zudem Existenzängste um ihre Farm. Die neue Bewässerungsanlage würde nicht genug Wasser liefern, erklärte sie. Nun klärte sie über den aktuellen Stand auf und setzte sich auch gegen kritische Stimmen zur Wehr. Auf Instagram startete Anna Heiser jetzt eine Frage-Antwort-Runde. Sie sagte zunächst, wie es um ihre mentale Gesundheit bestellt ist. Seit dreieinhalb Jahren kümmere sie sich ausschließlich um die Bedürfnisse ihrer Familie. Anna gab an, dass es an sich auch schön sei und sie für ihre Kinder dankbar wäre. Dennoch gab die einstige Bauer sucht Frau Kandidatin zu bedenken, sich dadurch selbst aus den Augen verloren zu haben. Sie wüsste definitiv, dass sie nicht die einzige Mama sei, welche die Umstände so empfinden würde. Schließlich ging es um ihre Farm. Jemand wollte von ihr wissen, habt ihr aktuell genug Wasser? Sucht ihr weitere Wasserstellen? Anna meinte dazu, leider nicht und die Aussicht ist echt bescheiden. Es steht nicht gut um die Farm, aber wir geben nicht auf. Die Auswanderung sei für sie allerdings in jedem Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ich wusste, dass wenn ich mit Gerald zusammen sein möchte, muss ich nach Namibia ziehen, gab sie an und betonte. Es gab keine andere Alternative. Aber das erste Jahr war echt hart. In ihrem Feed teilte sie zudem ein Video, in dem sich Anfeindungen gegen sie wiederfinden. Darin hieß es unter anderem, dein Mann und die Kinder tun mir sehr leid, was sich wohl auf Auszeiten bezieht, die sich Anna hin und wieder erlaubt. Auch schrieb ihr jemand, du hast deinen Mann nicht verdient. Schon vor wenigen Tagen rechtfertigte sich Anna dafür, sich eine Auszeit vom Alltag genommen zu haben. Nun stellte sie klar, beide Elternteile sind gleichermaßen für die Kinder verantwortlich. Und es ist gut so. Was uns Frauen betrifft, wir sind nicht nur Mamis und Ehefrauen, wir sind immer noch wir selbst, auch wenn dies oft aus den Augen verloren geht. Darüber hinaus teilte sie mit. Und jetzt eine kurze Nachricht an alle Damen, die mich davon überzeugen wollen, dass ich eine schlechte Mutter und Ehefrau sei. Dein Leben ist nicht mein Leben. Deine Meinung ist subjektiv. Also wenn du es nicht für richtig hältst, was ich mache, ist es okay. Ich nehme es zu Kenntnis. Dennoch würde sie ihre eigenen Entscheidungen treffen und das Entsetzen darüber werde das nicht ändern. Sie möchte sich solche Auszeiten, ob beruflich oder nicht, öfter nehmen. Höre und Ehefrau Und im, in, in shouten wir sie. Höre und Ehefrau Und im, in, 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 in. Wir nehmen das nicht. Du bist so wie ich mache, lasst den Entscheidungen ausICien, Und das ist eine andere Einheit. Und das ist eine andere Dinge. Was für die Arbeit. Aber wenn du sie dich verpasst,